Dann, mach mal, ja, meine Lautsprecher aus. So. Guten, guten, guten Abend. Ja, guten Abend, guten Nachmittag. Dann. Mach mal, ja, meine Lautsprecher aus. Jetzt muss ich nochmal checken, ob der Ton geht. Geht in der Ton, Tiramisu, guten Abend, Junior, Alexander, moin. Läuft denn das? Wäre ganz schön zu wissen. Hab mir auch mal zur Abwechslung mal einen schönen Kaffee gemacht. Mit meinem schönen Kaffee-Vollautomaten. Ähm, insofern, ja, mal was anderes. Ton geht. Ah, alles klar. Ja, ähm, ja, können wir nochmal kurz ein bisschen so ein bisschen entspannt reden. Ähm, bis es losgeht. Ich sag mal, bis es losgeht. Ich hab mir so ein bisschen was vorbereitet, so ein bisschen, ähm, über China zu reden. Denn China ist ja aktuell, ähm, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, ähm, ganz schön im Sinkflug seit Anfang des Jahres. Ähm, und ich hab ja keine zu kleine Position in China, beziehungsweise ich hab eine relativ große Position in meinen China-Stocks. Ja, Alex, nur der HSV, ähm, ja, die Tasse ist von der Arbeit, die hab ich da, ähm, ja, mitgenommen. Oder ich hatte sie früher bei der Arbeit mittlerweile jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich sie wieder zu Hause. Jetzt hab ich so eine Aktientasse auf der Arbeit, ne. Ähm, ja, ich hab's hier mal in meiner, ähm, sag ich mal, in meiner, ähm, 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 in meiner Klassifikation rausgesucht, hier mit einer Länderausrichtung. Da hab ich aktuell nur, also wirklich nur noch, ähm, 18.133 Euro in China-Aktien. Warum sag ich nur? Ähm, Anfang des Jahres sah das ganz anders aus. Ähm, und, ja, mittlerweile ist China ganz schön geschrumpft. Wir sehen auch, äh, Tencent knapp 12.000 Euro nur noch wert. Alibaba ist immer weiter geschrumpft, jetzt bei knapp nur noch 3.000 Euro. Ähm, ja, das geht schon gut zur Sache. Auch JD.com hat gut abgegeben, auch nur noch 2.000 Euro. Und die Positionen waren ja alle mal bei mir im Depot deutlich größer. Ähm, guten Tag nochmal an Peter, Benni, äh, und an die, die ich, an Max Payne, ähm, an die ich jetzt vergessen hab. Ja, ähm, wie gesagt, relativ stark gesunken alles. Ich sag mal, wir können das auch nochmal aufrufen hier in meiner Übersicht. Da ist es ja zum Beispiel bei Alibaba, habt ihr es ja alle mitbekommen letztes Jahr, ähm, quasi der Beginn dieser ganzen China, des China-Absturzes, mehr oder weniger, war ja quasi, wo die chinesische Regierung den Börsengang von Ant Financial abgesagt hat. Und ich hab natürlich, weil ihr wisst es ja, ich hab ja so ein Megatiming, ähm, hab ich noch am Tag davor, äh, nochmal 20 Aktien hier bei Alibaba für knapp 700 Euro nachgekauft. Und dann sieht man das ja ganz schön, äh, ging es ja rapide nach unten. Ähm, ja, dann hab ich mir natürlich wieder Können bewiesen, dann ging es wieder bergauf. Dann hatte ich nochmal, äh, 16 Stück gekauft. Ähm, ich weiß nicht, ich hab da so ein Timing, du, das ist echt, äh, Katastrophe. Ja, dann ging es weiter, hab ich hier nochmal, wo China keine haben wollte, am 5.3. hab ich dann nochmal, ähm, weitere Aktien bei Alibaba gekauft. Und jetzt letztens, nochmal am 18. Juni, nochmal weitere Aktien, ähm, von Alibaba. Und aktuell sehen wir, ähm, aktuell quasi seit, äh, seit Mitte August quasi der Fall ins Boden, na, Bodenlose. Ähm, es geht quasi weiter. Es geht immer weiter abwärts. Ähm, ja, und schön ist das natürlich nicht. Aber wie gesagt, Alibaba hat natürlich die Anfang gemacht. Aber das Ganze hat ja natürlich nicht nur mit Alibaba was zu tun. Alibaba war quasi der erste Vorstoß, wo er natürlich, ähm, die ganze Regulierungswut, sag ich mal, der chinesischen Regierung. Beziehungsweise, ähm, das, was Jack Ma von sich gegeben hat. Ich weiß nicht, hab ich das hier auf der, auf der Seite, ähm, hab ich rausgesucht. Jack Ma ist, äh, unsichtbar, aber nicht untätig. Ähm, es gab ja quasi seinen Auftritt, wo er die chinesische Regierung quasi mit den, ähm, wie nannten, mit den Pfandlei, mit Pfandleihäusern quasi verglichen hatte. Ähm, und daraufhin haben, hat die chinesische Regierung ja quasi den Börsengang abgesagt, beziehungsweise verboten, beziehungsweise neue Regularien rausgegeben. Und, ja, seitdem hat man denn von Alibaba, vom Jack Ma quasi paar Monate nichts gehört. Dann ist er untergetaucht, so mehr oder weniger. Dann kam er wieder, hat auf einmal in höchsten Tönen von der kommunistischen Partei gesprochen. Ähm, ja. Also das ist schon so ein bisschen, wo man denkt, alles klar, äh, ganz schön regulatorik. Und da haben die anscheinend auch, ähm, so einen Jack Ma auch so ein bisschen Respekt, sagen wir es mal, ähm, vor der Regierung. Und, ja. Joachim, moin. Ähm, Joachim schreibt, ich habe meine Tencent-Anteile bei 76, 60 und 49, 30 verkauft. Ich bin nunmehr über einen ETF in China investiert. Einstieg war bei 29 Euro. Ja, Tencent. Tencent ist auch so ein Thema. Ähm. Ja, und was Tim noch schreibt, wenn die Zahlen stimmen, aber nur wenn, ist Baba wohl das, also Alibaba wohl das unterbewertetste Unternehmen der Welt seit Jahrzehnten. Ja. Ob die Zahlen stimmen, ja, ist halt immer so eine Sache. Ich meine, warum, ich, ja, das ist halt wieder so dieses gegen China und so so ein bisschen, dass man da immer mit so ein bisschen, ähm, Respekt auf die Zahlen guckt und vielleicht nicht 100% dem Vertrauen gegenüberbringt. Obwohl wir sagen, ähm, wir haben ja selbst so eine Wirecard im DAX gehabt, ne, wo die BaFin und alle und die Regierung dahinter standen und sagen, ja, obwohl die ganzen, ähm, Misstrauen, das ganze Misstrauen der Financial Times war das, glaube ich, ähm, gegenüber Wirecard da war und gesagt haben, hier, die bescheißen und sonst was. Ähm, hat man trotzdem immer gesagt und geprüft und geguckt und getan und alle haben immer noch gesagt, nee, da ist alles in Butter, ne, und, ähm, ja, also mit Zahlen und sowas. Ich meine, das Betrügereien kann man überall haben, ja, ähm, ja, Tencent, ich habe mal hier jetzt so den Langfrist-Chart über 10 Jahre rausgemacht und, äh, ja, und das, was, ähm, ja, das, was jetzt an Kommentaren reinkommt, ist so circa das, was ich auch denke. Danke, denn ich trinke mal kurz was. Ah, ich muss ja meinen neuen Kaffee-Pollot-Tomaten voll ausnutzen. Ähm, Juno hat geschrieben, ich lasse meine Tencent-Anteile so, habe den Sparplan gestoppt und gucke mir das erstmal an. Joachim hat aber geschrieben, Tencent hat mittlerweile 14 Milliarden gespendet, ich habe da irgendwie ein Problem damit, wenn mein Investment den Gewinn spendet. Ja, und das Gleiche habe ich hier auch rausgesucht. Ähm, Tencent verschenkt 15 Milliarden. 15 Milliarden Dollar. Ähm, zuerst waren es 7,5 Milliarden und jetzt mit den letzten Q2-Zahlen, ähm, haben sie gesagt, alles klar, wir wollen nochmal knapp 7,5 Milliarden spenden. Und das finde ich, ähm, ja, das ist so ein wirtschaftliches Unternehmen oder privates Unternehmen sollte eigentlich gewinnorientiert sein. Ich sage mal, wenn sie in Samaritamäßig unterwegs sind und sagen, alles klar, wir, wir helfen Städten bei Schulprojekten, bei keine Ahnung, bei sonstigen sozialen Projekten, um da ein bisschen mitzuhelfen im geringeren Maße, ist das aus meiner Sicht auch vollkommen okay. Okay, aber wenn ein Unternehmen irgendwie den halben Jahresgewinn oder was oder noch mehr einfach so raushaut und spendet, ähm, ich meine, Privatunternehmen sind profitorientiert. Ne, dafür, die müssen Gewinn machen, die machen Umsatz, sie gucken, dass sie Gewinn machen und danach einfach alles umverteilen und den der Bevölkerung zurückgeben oder spenden oder so. Also ich, ich weiß nicht. Damit habe ich auch massive Probleme. Ähm, bisher habe ich das bei Tencent nie so wirklich als großes Risiko gesehen. China hatte ja damals schon, was man hier im Chart sieht, zum Beispiel, ich, mein Timing halt, ne, ich kann nochmal auf den 5-Jahres-Chart gehen, sehen wir hier, habe ich fast zum Hoch damals, ähm, Anfang 2018 habe ich ja groß Tencent gekauft. Dann ging es einmal bergrunter, dann ging es nochmal hoch, dann ging es wieder, gab es wieder einen Steinabsturz, dann hatte ich nochmal hier 100 Stück nachgekauft und zuvor hatte ich halt 200 Stück gekauft und dann bin ich halt durch das Tal der Tränen gegangen, weil damals auch die Regulierungswut war, es gab keine neuen Lizenzen für Spiele und da hatten wir auch hier so ein Tief von knapp 28 Euro. Und seitdem hat sich das aber langsam erholt, so ein bisschen ist es quasi auch auf einen fairen Wert gelaufen, ähm, aber wie gesagt, Anfang des Jahres, ähm, ging ja mit China, das ging ja massiv nach oben, da wollten alle China-Aktien haben, also wirklich Tencent, Gaming und sowas, das war halt voll China, also wenn wir jetzt den Anstieg hier sehen, vom, vom Tief, ähm, ähm, Dezember, von 55 Euro, ging es ja bis auf hier 75 Euro, ne, 82, 83 Euro, sogar. Und das ist wirklich so ein gewaltiger Anstieg, wo ich dann gesagt habe, alles klar, ich verkaufe 50 Aktien, weil der Brocken halt zu groß wurde in meinem Depot, ne, mit 80 Euro, 300 Stück, das waren knapp 24.000 Euro Depotwert, jetzt hat Tencent nur noch 12.000 Euro Depotwert. Und das ist halt wirklich heftig. Klar, ich habe 50 Stück verkauft, insofern war ich hier oben bei, keine Ahnung, 21.000, 22.000, wie auch immer, oder 20.000, ähm, ja. Und seitdem ging es ja quasi jetzt im Sinkflug bergab und jetzt, das hat sich ja immer mehr beschleunigt. Und jetzt bin ich quasi mit meinen Tencent-Positionen quasi auf plus minus null. Ähm, ja. Und das, was Joachim schreibt, die Spenden waren ja nicht freiwillig, das ist das Problem, so eine Art Schutzgeld. Ja, und das ist halt eher so, um der kommunistischen Partei irgendwie zu Kreuze zu kriechen, ähm, haben sie halt gespendet und ihren quasi Beitrag geleistet. Und die Frage ist, wie der Staat das in Zukunft händelt, äh, beziehungsweise die kommunistische Partei das händeln wird, ähm, da habe ich auch wirklich meine Bedenken. Und ich habe noch nicht schlussendlich für mich rausgefunden, wie ich langfristig damit umgehen möchte. Ähm, es gibt ja auch andere Risiken bei China-Aktien, zum Beispiel R.W, also R.W schreibt, fühle mich mit der VIE-Struktur nicht wohl. Das ist auch ein großer Punkt, den viele ja auch nicht, ähm, richtig bedenken, beziehungsweise nicht auf dem Schirm haben. Ähm, in Tencent, Alibaba, JD.com, ähm, das sind alles, ähm, Aktien, die quasi in Briefkassenunternehmen auf den Cayman Islands, ähm, investiert, wo wir über Briefkassenfirmen quasi investiert sind. Und was so eine halb legale Sache ist in China, es ist geduldet seit vielen Jahren. China ist ja schon sehr lange an der Börse, äh, Alibaba, äh, Tencent ist schon sehr lange an der Börse. Ähm, und das wird halt schon seit, ich glaube, 2002 oder 2001 oder sowas geduldet. Ähm, insofern glaube ich nicht, ähm, dass das irgendwie jetzt einen großen Ausschlag gibt. Aber, ähm, ist natürlich trotzdem ein weiteres Risiko. Zudem, wie gesagt, die Regulierung, ähm, China bezeichnet Tencent oder das Gaming ja auch als Opium fürs Gehirn. Was natürlich auch, ähm, ja, ich weiß, der Beitrag kam irgendwie raus, Opium fürs Gehirn. Dann hat irgendwie die Regierung erstmal gesagt, ähm, nee, dann ist der Betreibbeitrag irgendwie verschwunden erstmal, wo es geschrieben wurde. Und dann wurde es abgemildert. Also das ist irgendwie so, ähm, ja, nicht gern gesehen. Und klar, wir wissen auch alle, das Zocken und so auf Mobile Games, also Mobile Devices, ist natürlich auch ein Riesenthema. Vor allem in China. Und ob das so toll ist, weiß ich nicht. Ähm, Joachim schreibt, wenn es eine einmalige Sache ist, kann ich noch damit leben. Ehrlicherweise war der Markt über Jahre fast unreguliert. Und, ähm, die Steuervorteile sind eigentlich auch nicht mehr nachzuvollziehen. Joachim schreibt noch, ich würde niemals sagen, dass sich Tencent auch nicht mehr erholt. Aber ich habe keine Lust mehr auf chinesische Einzelinvestments. Man muss sich damit wohlfühlen. Ähm, quasi eine Rückzahlung der Starthilfe. Joachim schreibt noch, ähm, also beide Joachim sind ja fleißig am Texten. Die chinesischen Bildungsunternehmen wurden auch einfach abgedreht. Die traf es noch schlimmer. Ganz genau. Ähm, das war wirklich ein Riesenthema, wo ich, wo ich das, also, das ist ja ein paar hundert Milliarden Dollar Markt. Und dann wurde einfach gesagt, die chinesischen Bildungsunternehmen dürfen nicht mehr profitorientiert arbeiten. Also, äh, das ist so ein Thema, das ist quasi hier, also für mich unvorstellbar, dass sie auf einmal sagen würden, keine Ahnung, ähm, was gibt es da Vergleichbares? Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, hier die Automobilindustrie in Deutschland dürfte kein Gewinn mehr mit Autos machen. Ähm, ne, ich sag mal, in China ist das halt so, weil sie halt, man sagt halt zwar immer, die chinesische Regierung, ähm, ist so diktatorisch oder gibt halt quasi alles vor. Aber sie wollen halt auch für ihre Bevölkerung sorgen. Und, ähm, die ganze Nachhilfe, beziehungsweise alles über Tall Education und, ähm, wie heißt die andere, ähm, andere Education da, wie auch immer. Ähm, womit sie halt Geld verdienen und das war halt nicht billig, diese ganze Nachhilfe, die Ferienunterricht, etc. Und da haben die Eltern halt relativ viel von ihrem Einkommen gebraucht, um den Schülern halt den besten Bildungsstand mitzugeben, beziehungsweise Nachhilfe zu bezahlen, etc. Und das ist halt einfach der chinesische Regierung ein Dorn im Auge gewesen. Sie wollten halt, dass alle sich das quasi leisten können und durch die Bildung halt das Land halt auf das nächste Level heben und, ähm, ein bisschen die Belastung wegnehmen. Zudem hatte ich jetzt noch irgendwo gelesen, dass irgendwas auch kommt, New Oriental, genau, ähm, das, ähm, eventuell gegen Luxusmarken oder so auch, also gegen die reichere Bevölkerungsschicht auch irgendwas mit, ähm, im Vorgehen ist. Also, ähm, deswegen ist auch, glaube ich, LVM8 schon ein bisschen abgestürzt und, ja, das ist halt echt auch so ein Thema, wo man jetzt einfach gar nicht mehr weiß, so alles klar, welches Unternehmen trifft es denn als nächstes? Sagen sie vielleicht demnächst, keine Ahnung, Gaming-Unternehmen dürfen kein Geld mehr verdienen oder, ähm, ja, schwer einzuschätzen, weil was, was es alles gibt. Also, das ist, ja, keine Ahnung. Tim hat noch gefragt, denkst du, die ETF-Immittenten, BlackRock etc. sind irgendwann geneigt, die Emerging Markets ETFs, die China-Anteile zu dezimieren und was passiert dann mit den Aktienkursen? Puh. Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass China aus diesen ETFs rausfliegen wird oder beziehungsweise, ähm, vermindert wird. Ähm, es ist ja eher eine Sache, dass China eventuell irgendwann, ähm, in die entwickelten Länder aufsteigen könnte. Aktuell ist es, ich hatte letztens mal ein Video gesehen oder ein Interview gesehen, ähm, bei Finanzfluss mit, wie heißt er, ähm, der auch die ETFs managt, ähm, oder ETFs erstellt und sowas. Nee, bei Finanzfluss, weil jetzt, wie gesagt, einer, der die ETFs selber baut und sowas und da wurde auch gefragt, wie das denn aussehen würde, wenn jetzt zum Beispiel China vom Emerging Markets ETFs in den, in den, ähm, Develop World, also in die entwickelten Länder aufsteigen würde. Und dann würde das auch in ganz kleinen Schritten passieren, weil das halt so ein gigantischer Aufstieg wäre. Also ich glaube, also ich glaube nicht, dass China da rausfliegen wird. Ähm, ist einfach meine Meinung. Ähm, aber wenn, wenn sie halt wirklich rausgekickt würden aus diesen ETFs, ja, keine Ahnung, wie das denn, ähm, mit den Kursen, also positiv wäre das wahrscheinlich nicht für die Kurse. Ähm, Martin hat noch geschrieben, wie hoch ist das Risiko, dass China-Aktien in den USA verboten werden, zu handeln? Schwierig, denn in den USA sind ja eigentlich nur ADRs unterwegs, die ja die chinesischen Aktien verbriefen nur. Und manche, ich habe das ja auch zum Beispiel gelesen, dass teilweise das Unwissen über die Aktien, also ADRs, VIEs, etc. relativ hoch ist. Denn, zum Beispiel, ich bin ja auch in der App Börsen News unterwegs, da ist ja auch so ein Forum. Und da haben manche gesagt, ha, ich habe das VIE-Risiko gar nicht, ich kaufe mir lieber die ADRs aus, ähm, aus den USA. Da habe ich dieses Risiko dann nicht. Ja, aber da sieht man wirklich wieder, wie das Unwissen ist, denn diese ADRs verbriefen ja nur diese VIEs. Und, ja, das ist halt so ein Thema, wo man dann wieder denkt, alles klar, die Leute wollen investieren, aber da herrscht halt noch relativ viel Halbwissen in dem Bereich. Ist auch alles nicht einfach, ähm, mit China-Aktien, etc. Es gibt ja auch diese ganzen H-Shares, A-Shares, ähm, C-Shares, wie auch immer. Es gibt ja so viele verschiedene Aktiengattungen in China. Und, ja, es ist nicht einfach. Ich bin da auch noch nicht vollends drin. Aber ich kann verstehen, wenn jetzt zum Beispiel Joachim sagt, ähm, er möchte nicht mehr in einzelne Unternehmen investiert sein. Ähm, ich muss, möchte mir das mal angucken, wie sich das in Zukunft hier mit China, ähm, weiterentwickelt. Ähm, tendenziell glaube ich, dass China, Alibaba, JD, ähm, Baidu, ähm, wen gibt es da noch? Und noch andere große, dass die halt, ähm, für China selber relativ wichtig sind in ihrem technologischen Fortschritt. Denn da, die größten Innovationen kommen ja nur noch, also man, kommen ja nur entweder aus dem Silicon Valley oder aus Shenzhen. Und in Shenzhen sitzen halt Ping an mit ihrer KI auch über, ähm, über die Versicherungen und Schäden, etc. Oder halt Tencent. Da werden so viele Innovationen halt gemacht. Und, ähm, ja, man spricht gar nicht mehr über Europa. Es heißt ja quasi, entweder sie kommen aus China oder den USA. Und, ja, insofern glaube ich persönlich nicht, dass sie jetzt ihre Vorzeigeunternehmen, ähm, oder die größten Unternehmen wie Alibaba und Tencent so zurecht, ähm, stutzen werden, dass sie komplett verschwinden oder komplett abstürzen. Ähm, ja, insofern bin ich da eigentlich recht optimistisch, vor allem für Tencent. Denn Tencent wird ja von Pony Ma geleitet und Pony Ma ist ja einer eher, der, ähm, mit der kommunistischen Partei viel, viel besser klarkommt als Jack Ma. Jack Ma war ja immer schon regierungskritisch und Pony Ma ist eigentlich eher jemand, der sehr zugewandt der Regierung ist. Ob das jetzt so positiv ist in Sachen Daten und sowas, etc., sei mal so dahingestellt. Aber, ja, ähm, ansonsten gab es hier nochmal Fragen. Dividenden-Nerden, moin. Ähm, Joachim sagt auch, ja, China-Investments, ja, aber keine Einzelwerte mehr, man hat keine Rechtssicherheit. Das stimmt. Ähm, Trump hatte schon mal die Pensionsfonds in Amerika ermahnt, die chinesischen Investments nicht mehr weiter auszuweiten. Ich glaube, die USA will die Chinesen so weit wie möglich entkoppeln. Kann gut sein. Ähm, wobei Trump ja auch immer, naja, gut, was Trump sagt, ist natürlich auch immer so ein Thema. Ähm. Äh, Christoph hat nochmal geschrieben, Stichwort VIE, was passiert mit Emerging Markets ETF, wenn die Aktien nicht mehr handelbar sind? Die gehen doch dann auch unter, da Großteil dieser Intention, Alibaba, JD investiert, oder? Ja, und ich glaube, wie gesagt, dieses VIE-Risiko ist halt eher so ein, man hat halt quasi gefühlt keinen Anspruch, also ein Anspruch gegen gar nichts, weil es ist quasi, man investiert nicht in die eigene, in die richtige Tencent-Aktie. Also man ist ja quasi kein Teilhaber, sondern es ist ja, ja nur so eine Briefkastenfirma, so mehr oder weniger. Und die Rechte sind da halt für den Aktionär, vor allem die ausländischen Aktionäre halt, ja, nahezu null. Und ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wie gesagt, dass die VIEs jetzt auf einmal verboten werden, beziehungsweise nicht mehr handelbar sind, vom Markt genommen werden, wie auch immer. Weil China würde sich damit als Kapitalmarkt, aus meiner Sicht, ins eigene Bein schießen. Und China, das gehört ja auch dazu, wenn ein Land zum neuen Marktführer werden will, oder zur größten Volksrepublik, wie auch immer, wollen sie auch eigentlich einen großen Kapitalmarkt haben. Und sie wollen ja halt das Pendant zu der USA sein, beziehungsweise aus meiner Sicht auch noch größer werden als die USA, beziehungsweise stärker. Und wenn sie jetzt halt, wie gesagt, ihre Investmentstruktur oder ihre Unternehmen da alle vom Markt nehmen, zerschlagen, die mittlerweile die größten Unternehmen sind, die China zu bieten hat. Sondern wenn wir auf die Market Cap gucken, zum Beispiel von der Tencent mit 450 Milliarden Market Cap oder 370 Milliarden Market Cap Alibaba. Ich meine, Tencent stand schon bei 800 oder 900 Milliarden. Ich glaube nicht, dass sie sie komplett kaputt schießen, weil sonst würde in Zukunft kein Fonds mehr in China investieren, kein Pensionsfonds, kein großer ETF wird die mehr aufnehmen, weil einfach das Risiko viel zu groß wäre. Insofern glaube ich, das wird weiter gestattet, also diese VEs, aber das Risiko ist natürlich da. Man weiß es halt nicht, wie sie halt wirklich langfristig wirklich ihre Pläne sind. Aber ich glaube halt, sie wollen Kapitalmarkt sein. Der Kapitalmarkt wurde ja auch groß aufgebaut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, doch habe ich hier rausgesucht. Zum Beispiel hier vom Digital Leaders Fund, der hat auch einen schönen Bericht dazu geschrieben. Shenzhen, das neue Silicon Valley Chinas, also Chinas. Die beiden dynamisch wachsenden Börsenplätze haben dem traditionellen Handelsplatz für chinesische Aktien, die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong, längst in Rang abgelaufen. Shenzhen ist inzwischen mit knapp 2.400 Unternehmenslistings der größere der beiden Marktplätze. Shanghai kommt auf 1.800 gelistet Unternehmen. Weltweit stehen Shenzhen und Shanghai nach Handelsvolumen auf Rang 4 bzw. 6. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass ausländische Investoren erst seit 2014 bzw. 2016 einen nennenswerten Zugang zu den Festlandbörsen erhalten haben. Noch immer sind diese beiden Börsen von lokalen Investoren geprägt. Wie die untere Statistik zeigt, ist die Hongkong Stock Exchange als Standort für chinesische Unternehmen abgeschlagen auf Rang 12 der weltweit größten Börsen. Wir sehen das hier oben im Börsenranking die Nasdaq, die Nisee, die CBOE Global Markets. Ich weiß gerade gar nicht, CBOE, wo sitzt die denn? Weiß ich gerade gar nicht. Aber dann kommt Shenzhen und dann kommt hier Shanghai auf 4 und 6. Also das ist schon nach Handelsumsatz schon echt, da sind sie schon echt ganz schön weit oben, ganz schön weit vorne. Und ja, das ist, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie halt wirklich ihren eigenen Kapitalmarkt kaputt kloppen. Hier wird schon langsam kalt hier, ich rede viel zu viel. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie in den Kapitalmarkt kaputt schießen. Und ja, ähm, der ETF rettet dich dann aber auch nicht vor dem Totalverlust. Ähm, ja, klar, wenn im ETF die da rausfliegen, ab Boston, CBOE Club, ist das Boston? Ja, kann sein, wie auch immer. Ähm, ja, ansonsten, was, worauf wollte ich noch hinweisen? Ähm, was hatte ich noch gelesen? Ach ja, Aktien rauschen in die Tiefe hier. Ich habe keine Partnerschaft mit Eurowings, ne? Ähm, nur mal so dafür. Ähm, aber China geht ja in Regulierung noch weiter. Ähm, und zwar in Sachen Datenschutz. Und da ist China auch, ähm, relativ weit hier. Und zum Beispiel auch, das hat auch zum Beispiel jetzt, ähm, die Gaming-Branche hier. Da hat Tencent ja auch zum Beispiel jetzt gesagt, dass die, also, hat jetzt nicht speziell, aber es hat ziemlich was mit Tencent zu tun. Denn Tencent hat ja relativ viele Daten und verdient auch halt mit den Daten oder Weiterleitungen oder mit ihren Plattformen da relativ viel Geld. Aber durch das Datenschutz, das steht hier auch drin, ähm, wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde, ähm, naja, ich finde das jetzt gerade nicht. Aber da steht auch zum Beispiel drin, dass, ähm, drin, dass man zum Beispiel, ähm, Benutzer nicht beeinflussen soll durch Weiterleitungen irgendwo auf diversen Plattformen, wie Videoplattformen, etc. Ähm, und quasi die Nutzer beeinflussen. Und ich sage mal, wir kennen das ja aus den USA, zum Beispiel mit Facebook und so, ähm, wenn man da in so einer Bubble drin ist, zum Beispiel auch in Sachen, ich will jetzt nicht, gar nicht, gar nicht viel darüber diskutieren, aber über, ähm, Fake News zum Beispiel, sagen wir so Fake News plakativ, ähm, dass man, dass diese Fake News sich siebenmal schneller verbreiten und dass man, wenn einmal auf so einen Fake News-Artikel geklickt hat, dass einem dann auch weitere Fake News-Artikel empfohlen werden. Und dann immer weiter da reinrutscht in diese eigene Bubble und irgendwann das alles für wahrnimmt. Und, ja, in China wird das halt mit Datenschutz quasi jetzt so auch aufgeräumt oder aufgebaut, was quasi vergleichbar ist mit dem europäischen Datenschutz. Ich frage es dann aber, ob die, Entschuldigung, ob die, ähm, Regierung denn da noch irgendwie Zugriff auf die Daten haben wird. Ne? Ähm, ja. Moritz hat noch geschrieben, stimmt, mich hat die Education-Aktion auch paar tausend Euro gekostet, aber so ist das nun mal und Warnung gab es davor genug. Ja. Ähm, wenn man eine New Oriental im Depot hatte, schaut man schon ganz blöd aus der Wäsche. Ja, das ist halt so, ich meine, wir können uns mal hier, ich weiß nicht, ob die noch hier drin ist, die New Oriental, aber die wird ja mittlerweile fast, mittlerweile fast gar nichts mehr wert sein. Äh, doof gesagt. Ähm, wir können mal hier gucken. Da, New Oriental Education. Ähm, 2,6 Milliarden Marktkapitalisierung. Ähm, ja. Ja, aber wenn wir uns mal den ganzen, äh, Kram hier raussuchen, da sehen wir halt, über Jahre hat sich das sehr gut entwickelt. Wenn wir hier auf den bereinigten Gewinn gucken, oder auf den Gewinn, ähm, hat sich das wirklich, äh, wirklich phänomenal entwickelt über die Zeit. Ne? Fair Value bereinigt und so drüber gelegt. Ähm, war wirklich eine spitze Sache. Ähm, ist gut gelaufen. Klar, war ein bisschen teuer. Ähm, aber wir hatten quasi Gewinn, die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir hier haben. Also immer so schubweise so ein bisschen. Aber mit der Aktie ging es ja wirklich hier von ein paar Dollar bis in der Spitze auf hier, äh, fast 20 Dollar. Und dann von 20 Dollar jetzt auf, äh, 2 Dollar minus, äh, 90 Prozent. Ähm, ja. Das ist schon echt krass. Und wenn wir uns mal gucken bei Troll Education, ähm, da wird es nicht anders aussehen. Ich nehme mal die ganzen Marker hier raus, damit wir. ist besser sehen, da sehen wir auch in der Spitze, hatten wir bei Trolley-Gequiation 90 Dollar und jetzt sind wir bei 5 Dollar minus 95 Prozent. Ja. Das ist halt schon wirklich eine Hausnummer. Moritz schreibt noch, wenn eine Wirecard im Depot hatte, schaut aber auch doof. Joachim schreibt noch, ja, aber bitte vergleich nicht eine Wirecard mit dem politischen Risiko in China. Stimmt, es sind zwei Paar Schuhe, aber eine Wirecard würde ich zum Beispiel vergleichen mit, zum Beispiel mit, ob Zahlen stimmen oder so. Ja, aber wie gesagt, solche Entscheidungen hier, das ist halt wirklich, dürfen nicht mehr profitorientiert sein, dann ging es erstmal bergab. Ne, und dann anscheinend wussten da gewisse Leute schon was, aber ja, dann ging es halt richtig in die Tiefe, als es halt bekannt wurde und das ist halt, ich glaube, das war sogar noch davor. Ich glaube, davor ging es schon hier ab von 60 auf 20, ich glaube, und hier kam dann schlussendlich erst die Meldung, dass da gar nichts mehr gemacht werden darf. Das ist halt die Frage, wer wusste das vorher und hat vorher abverkauft, denn eigentlich sah die Gewinnentwicklung oder die Geschäftsentwicklung bei den Unternehmen ja gar nicht mal so schlecht aus. aber gut, dann muss man dann auch gucken. Ja, wie gesagt, das ist halt so ein Risiko und ja, Tencent, wir können hier mal auf die Bewertung kommen oder ich gucke nochmal, was ich hier noch erzählen wollte. Bei China-Aktien, wie gesagt, der Bericht hier ist echt gut, kann sich jeder mal angucken, wenn er Bock hat. Das ist relativ ausführlich, auch hier zum Beispiel mit einem 5-Jahres-Plan, zum Beispiel China Made in China 2025 gibt den Takt vor. Wie gesagt, da wird auch auf die großen Unternehmen eingegangen, wie Alibaba, Baidu, Huawei, Tencent, Schlüsselfunktionen, etwa im Bereich KI zu. Insofern glaube ich, wie gesagt, das ist halt das Thema, dass ich halt nicht glaube, dass sie hier Tencent komplett kaputt machen wollen. Weil sie haben hier halt so langfristige Ziele und da brauchen sie halt auch die großen Unternehmen. Zudem ist hier noch was mit dem BIP drin, weltweiter Anteil etc. Also so ein ganz cooler Bericht. Ansonsten gucke ich nochmal kurz, was ich noch sagen wollte am Berichten. Tencent Q2-Zahlen versöhnen. Ja, die Tencent Q2-Zahlen waren gar nicht schlecht, aber wie gesagt, das Schlechte war dann halt, als sie gesagt haben, alles klar, wir spenden dann nochmal 7,5 Milliarden Dollar aber das war schon echt eine Hausnummer. Das war es mit Jack Ma. Und ja, ansonsten komme ich jetzt mal so zum Thema. Danach können wir nochmal auf die Bewertung eingehen. Aber jetzt habe ich nochmal hier zum Beispiel eine Investmentmethode, wie man zum Beispiel auch in China investieren kann. Denn ich weiß auch nicht, wie ich langfristig wirklich mit meiner China-Position jetzt umgehen werde. Erstens, wir sehen hier Tencent, großer Brocken, denn ja gut, Alibaba war mal, wo ist denn jetzt Alibaba hin? Da. Alibaba war mal eigentlich irgendwie hier im oberen Teil und mittlerweile echt nach hinten weggerutscht. Was ich auch irgendwo mal gehört habe, dass da irgendwie so eine Familienfäde irgendwo zwischen den Xi Jinping und den Mars ist irgendwie, also das ist irgendwie, dass sie da eben so ein Machtkampf ist, so ein bisschen, dass man deswegen auch Alibaba gestutzt hat. Ich weiß nicht, was da dran ist. Ihr habt das irgendwo mal gehört, im Hörbuch oder Podcast. muss man sich wirklich mal überlegen, wie man da investiert. Aber wie gesagt, man kann das natürlich auch anders regeln, wenn man sagt, man möchte weiter in China investiert sein. Es gibt ja große ETFs, wo man zum Beispiel auf die Zusammensetzung guckt. Da ist man halt in Breite aufgestellt mit 732 Unternehmen, zum Beispiel vom HSBC, MSCI China, Entschuldigung, als erste Position die Alibaba, dann Tencent, dann eine MyTuan, dann eine China Construction Bank, JD.com, Ping An, Vucci Biologics, ja irgendwo Biotech anscheinend, Nio, Xiaomi, Baidu, die kommen halt schon auf 42%, aber wir haben da halt noch viel mehr Unternehmen drin, was man sich halt auch angucken kann, in welchen Branchen die investiert sind, ja und relativ viele Unternehmen halt, ja, ist man in halt Breite aufgestellt, ne und wir sehen halt langfristig, zum Beispiel mit so einem MSCI China, hier vom MSCI, äh vom, von HSBC, hätte man langfristig seit Auflage auch 6,23% PA gemacht, in den letzten 5 Jahren sogar 8%, ja, ist auch eine Möglichkeit. Wenn man zum Beispiel sagt, alles klar, man möchte die großen Tech-Unternehmen drin haben und ein bisschen fokussiert auf China, der ETF hat auch eine Fondsgröße von 544 Millionen Euro, das heißt, der macht auch für den Anbieter echt Spaß, da verdienen die auch Kohle dran, ist auch gar nicht schlecht, er ist ausschüttend, TIR ist auch verkraftbar, das einzige Negative ist so ein bisschen die Tracking Difference, aber das ist bei den China-ETFs eh relativ schwierig, ähm, ja, ich kann auch gleich mal den X-Trackers TSI 300 angucken, ich meine, ich hatte den auch schon offen, aber ich fand den HSBC jetzt interessanter, wenn man direkt China verstärken möchte, ansonsten kann man das auch, ähm, direkter machen, also eher indirekter, um noch das Risiko ein bisschen mehr rauszunehmen, ähm, Joachim sagt, da sind keine komischen ADRs oder Holdings drin, okay, ja, ansonsten, wie gesagt, wer einfach China irgendwo mit abgedeckt haben möchte, mit einem möglichst, ja, möglicherweise geringeren Risiko, würde ich denn wirklich sogar noch gröber, ähm, rangehen und sagen, alles klar, man holt sich hier entweder zum Beispiel so ein Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, ähm, klar, langfristig ist halt immer Schwankung in Emerging Markets drin, man hat langfristig irgendwie 6,5% oder 7% so gemacht, ähm, aber damit ist man natürlich auch breiter aufgestellt, wenn wir gucken, mit dem Vanguard FTSE Emerging Markets sind wir zum Beispiel zum 38% in China investiert, dann mit 16,9% in Taiwan, 13,5% in Indien, Brasilien, ähm, ihr seht es ja hier, ich kann ja schön ranzoomen, ne, das ist dann schon wieder eine Hausnummer, wo ich denken würde, alles klar, wenn ich jetzt zum Beispiel meine chinesische Aktien verkaufen würde, hypothetisch, wenn sich zum Beispiel jetzt China erholt, die Unternehmen erholen sich wieder, ähm, und ich dann irgendwann die Entscheidung treffe, alles klar, das ist mir jetzt mittlerweile zu viel Risiko, weil aktuell würde ich einfach nicht hier so eine Tencent oder Alibaba oder sowas verkaufen oder eine JD, weil ich denen einfach trotz der Regulatorik noch ordentliches, ähm, Potenzial zutraue und auch glaube, langfristig wird sich das positiv entwickeln, ähm, sollten sich in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren dann doch wirklich, ähm, noch ganz andere Sachen hervortun, noch mehr Eingriffe, etc. oder Tencent zum Beispiel spendet immer weiter, äh, was von seinem Gewinn, kann ich mir wirklich vorstellen, meine China-Aktien komplett zu verkaufen und dann umzumünzen in so einen FTSE Emerging Markets ETF, ich habe jetzt schon so einen Welt-ETF, aber wie gesagt, hiermit würde ich dann auch gleich noch in die anderen Länder investieren, in die ich noch gar nicht so großartig investiert bin, zum Beispiel Taiwan, bin ich nur über, ähm, Taiwan Semiconductor, über den, ähm, ähm, Halbleiter ETF investiert, den ich im Depot habe, den VanEck Semiconductor ETF und das auch nur zu, ich glaube, 10% oder was denn, von dem Anteil, also ganz klein. Ähm, ja, ansonsten schreibt Moritz noch, ohne den ETF zu kennen, würde ich dennoch sagen, dass es sich um eine VIE-Struktur handelt, wir dürfen als Ausländer keine direkten Anteile halten, das Risiko bleibt also, ach so, gemünzt wahrscheinlich auf den CSI 300. Ja. Ganz witzig, jetzt schreibt Antonio, ähm, ich glaube, du bist aktuell sehr gestresst, weil du gesehen hast, wie weit es runtergehen kann. Du musst einen kühlen Kopf behalten, die werden schon wieder steigen. Also ganz ehrlich, ich bin, ich habe da gar nicht so großartig, äh, die Bedenken. Denn, ich bin das ja mit Tencent zum Beispiel schon gewohnt. Ich meine, wenn wir uns das nochmal aufrufen, ähm, ich war damals, das war ja noch zu meiner Anfangsbörsenzeit, sage ich mal, wo ich hier eingestiegen war, 24.08. Da habe ich die Anteile zu 47,60 gekauft. Und dann ging es ja auch rapide runter, dass ich auch irgendwie fast 50% im Minus war. Und da habe ich mir persönlich auch keinen Kopf gemacht. Ne? Und aktuell geht das gerade auch wieder runter, aber ich glaube, im Mittel wird das in der Kurve trotzdem weiter nach oben gehen. Das ist einfach, äh, ja, meine Meinung. Und, ja, wir können auch gleich jetzt mal, weil ich glaube, das war es jetzt fast, was ich sagen wollte. Wie gesagt, also wenn, wenn man wirklich den China-Anteil drin haben möchte, mit ein bisschen weniger Risiko, würde ich trotzdem so einen Emerging Markets ETF nehmen. Ähm, oder halt, wie gesagt, so einen anderen ETF, wo man direkt in China, also in China investiert, ähm, mit dem Fokus auf China nur. Aber wie gesagt, ich würde es gleich breiter fassen, ähm, damit man halt die Emerging Markets, äh, mit abdeckt, in die man generell eh tendenziell weniger investiert. Denn die meisten Länder, in die wir investieren, sind ja nicht Emerging Markets, ähm, oder es sind speziell halt wirklich, dass man sich einen Indian ETF raussucht, et cetera. Aber mit so einem Emerging Markets deckt man halt noch ein paar mehr Länder ab. Klar, verhältnismäßig dann trotzdem ein kleiner Anteil, aber man ist da schon mal drin und man muss sich dann keine Arbeit machen. Ja, gut, das war es, was ich hierzu sagen wollte, zu den ganzen, ähm, News, die ich so ein bisschen ausgegraben habe. Ansonsten können wir gerne mal auf die, ähm, fundamentale Entwicklung guckender Unternehmen und wir sehen hier zum Beispiel die Tencent und wir sehen, es geht bei der Tencent halt wirklich wie am Schnürchen nach oben. Ähm, das läuft wirklich einmal frei, auch die Umsätze steigen und steigen und steigen. Ähm, ich, wie gesagt, Tencent ist für mich eins der, der krassesten Unternehmen überhaupt, vor allem mit der ganzen digitalen Power, die sie haben, mit WeChat und dieses ganze Ökosystem, da, WeChat, WeChat Pay, diese komplette Verknüpfung ist halt einfach wirklich, ähm, gewaltig. So, und wenn wir jetzt mal gucken Richtung Bewertung, ähm, ob man dem Unternehmen jetzt einen Bewertungsabschlag zumisst, kann man ja alles machen, man kann ja wirklich, ähm, was abziehen vom KGV, sag ich mal, was man den China-Aktien zumisst, aber es gibt halt auch wirklich große Risiken jetzt zum Beispiel. Ähm, Moritz, vielen Dank, aber wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer rein, ein bisschen zoomen wir ein bisschen näher ran und zum Beispiel damals, hier Anfang 2018, ähm, da habe ich ja zum ersten Mal hier meine Tencent gekauft, nee, da habe ich gar nicht, ich habe 2017 schon Tencent gekauft gehabt, genau, ich habe schon mal früher irgendwo Mitte des Jahres Tencent Aktien gekauft gehabt, dann habe ich sie irgendwo nach 20% Gewinn oder so verkauft, dann sind sie weiter gestiegen, und ich habe FOMO bekommen, Fear of Missing Out, ich dachte, jetzt geht es richtig ab und ich verpasse da jetzt richtig was, das war wirklich das, was ich damals hatte, wirklich kann ich ehrlich sagen, ähm, als Anfänger macht man ja Fehler, ich habe einige Fehler gemacht, ich mache immer noch Fehler und ist auch nicht verkehrt, wie gesagt, solange man aus den Fehlern lernt, bin ich immer noch optimistisch oder finde ich das nicht schlimm, man muss halt nur draus lernen. So, dann ging es bergab mit China, es hat sich so ein bisschen auf den fairen Wert hier eingependelt, dann ging es wieder ab, Anfang des Jahres, wie gesagt, das hat sich wirklich abstrakt, es ist ja wirklich nach oben geschossen, wo ich denen ja wirklich gesagt habe, alles klar, ich verkaufe mal ein Sechsel meiner Position und kaufe dafür eine Amazon, Amazon hat sich seitdem jetzt auch nicht so bombastisch entwickelt, aber besser als eine Tencent, und seitdem wie gesagt geht es halt relativ scharf runter und wir sind halt durch diesen fairen Wert quasi durchgerauscht und wir sind jetzt circa, wir haben jetzt ein Upside-Potenzial bis Ende des Jahres von knapp 25% auf den fairen Wert, das heißt, wenn wir sagen, alles klar, sie ist jetzt circa 30% zu billig, müsste der Wert, das müsste ja irgendwie um die 60 Euro liegen als fairen Wert Ende des Jahres, jetzt werden manche sagen, war es so wenig, weil sie vielleicht höher gekauft haben, wo es vielleicht besser stand, aber aktuell haben wir ein KGV auf Bereinigungen von 27,8, im historischen Durchschnitt über die letzten 10 Jahre haben wir ein KGV bereinigt gehabt von 31,4, weil wir halt immer wirklich circa 30%, 25 bis 30% Gewinnwachstum hatten. Wenn wir jetzt gucken, alles klar, von jetzt an bis zum Beispiel 31.12.2023 steht hier eine Rendite zu Buche von circa 85%, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie halt die Schätzungen da sind und halt der faire Wert erreicht wird. Wenn jetzt aber, ich weiß nicht, wenn jetzt man wirklich sagt, alles klar, wir misstrauen China und die historischen KGVs haben da keine Bedeutung mehr und wir sagen, alles klar, trotz starkem Wachstum, vielleicht ein 25er KGV wäre vielleicht fair. Und da sehen wir auf einmal, dass wir immer noch aktuell aus der aktuellen Situation zu teuer sind. Und ein KGV kann sich ja auch historisch wieder verringern etc., wenn halt neue Risiken aufkehren, die Anleger einen gewissen Abschlag denn voraussetzen, dass man da investiert, weil halt wirklich die Regulatorik oder die Risiken mit diesem VIEs halt so wirklich da sind. Dann würde man von jetzigem Zeitpunkt aus bis zum 31.12.2023 trotzdem 50% Rendite erwarten können oder 17,8% PA vom jetzigen Standpunkt aus. Und wie gesagt, da sind wir wirklich auf dem KGV, was wirklich, also seit 2013 sind wir eigentlich auf dem höheren KGV unterwegs. Was man auch wirklich sieht, was immer wieder angetestet wurde, wenn wir auch jetzt uns hier den Zeitraum hier unten mal raussuchen. So, hier noch ein bisschen. Ich wollte den Zeitraum jetzt verkleinern. So, zu klein. So, aber wir sehen, dass die Aktie immer wieder nach oben driftet und immer wieder auf dem fairen Wert aufsetzt. Egal wann. Also das ist wirklich, das kann man wirklich sagen, das ist wirklich so ein Effekt, dass sie immer wieder nach oben driftet, weil sie Power hat, die Aktie und wieder zurückfällt. Nach oben driftet, zurückfällt. Hier ist sie auch nach oben gedriftet und zurückgefallen. Denn die Frage ist, wann kommt jetzt der nächste Ausbruch? Aber gut. Wie gesagt, ich glaube halt, langfristig kann es mit Tencent oder sollte es mit Tencent wirklich weitergehen. Die Segmente, sie fächern sich immer weiter auf, investieren immer breiter. Und ja. Ich gehe nochmal kurz auf den Chat ein, was sonst noch geschrieben wurde. Joachim hatte geschrieben, zu dem X-Trackers, ich glaube, X-Trackers hat eine Lizenz. Okay. Fly to the Moon, China Aktien, ja, sauber. Baosun, Baosun habe ich relativ wenig Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Habe ich mich sehr, sehr wenig mit der Aktie beschäftigt. Christoph, eigentlich schon krass, wie viel Arbeit man sich mit Einzelunternehmen macht, oft macht und Zeit investiert, aber bei so einer großen Depotposition ist es einfach notwendig. genau. Wenn jetzt zum Beispiel wie bei mir eine Depotposition wie Tencent 12.000 Euro wert ist oder Anfang des Jahres knapp 20.000 Euro wert war, dann muss man sich schon wirklich mit dem Unternehmen beschäftigen und sollte sich auch die Entwicklung angucken, die Quartalszahlen angucken und auch sonstige, wie gesagt, Regulatorik jetzt so halt in China. Aber wo man schon so sagt, mit dem, wo er schon gesagt hat, so mit den Einzelunternehmen, ich hatte ja vor kurzem diesen Vanguard FTSE Award heute mal in Depot genommen und ich hatte ja früher immer meine Bedenken bei ETFs. Früher habe ich ja keine ETFs gekauft, weil mir die marktkapitalgewichteten ETFs einfach von der Konstruktion her, es ist ja quasi dummes Geld. Und ich hatte immer die Bedenken, dass wenn der ETF einfach immer die Aktien kauft, die in dem ETF auch am größten gewichtet sind und immer mehr Geld da rein fließt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein MSCI World nennen, ich weiß nicht, ich glaube Apple hat 3 oder 4 Prozent, dann wird ja quasi von dem Geld immer 3 oder 4 Prozent werden davon immer Apple Aktien gekauft. Und damit war für mich damals oder hatte ich damals die Bedenken oder ob es begründet ist oder nicht, immer die Angst, dass die Unternehmen einfach immer immer teurer werden, obwohl vielleicht die fundamentale Entwicklung vielleicht nicht mehr Schritt hält. Dass der Einzelinvestor vielleicht gar keinen richtigen Einfluss mehr darauf hat, weil einfach durch die ETFs so viel Geld da rein fließt. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen hatte ich halt immer so meine Bedenken mit den ETFs und wollte halt unbedingt in Einzelaktien investieren, weil ich halt nie viel zu teure Aktien kaufen wollte. Moritz schreibt noch, selbst wenn X-Trackers eine Lizenz haben sollte, entzieht die kommunistische Partei X-Trackers die Lizenz. Das ist doch am Ende ein Nullunterschied, das Risiko ist da, aber ich bin Sparfuchs Meinung, daran haben sie kein Interesse. Ja, die würden sich einfach unglaubwürdig machen und den Kapitalmarkt halt kaputt machen und dann wird keiner mehr in China investieren und das Interesse von China ist ja eigentlich die neue Welt, die größte, ja, die größte Mark, nee, komme ich nicht aufs Wort. Ja, das größte Land halt werden die neue, die neue, am besten noch die Remembi als Weltwährung oder so zu etablieren und die USA halt abzulösen. Ähm, ja. Ähm, Thomas schreibt noch, bei 43 Euro solltet Hensens spätestens den Boden finden. Wer jetzt noch im Plus ist, wenn er die Aktie schon länger hat, Respekt. Ähm, ich glaube 3,50 Euro bin ich noch im Plus, also. Ähm, nee, 500 Euro bin ich im Plus. Noch. Ähm, ja, aber wie gesagt, trotzdem hatte ich damals hier am Hoch gekauft, hätte ich halt ein Jahr früher gekauft, ähm, wäre ich noch 100% im Plus. Aber wie gesagt, ach, das war halt alles Anfangszeiten, hatte ich wenig Ahnung. Und ja. Ähm, Moritz schreibt noch, oder stoppen die Verkäufe von Teslas, VW, Apple und China? Ähm, unsere Abhängigkeit von China ist überall spürbarer, äh, spürbar und wenn sie wollen, wird es richtig hässlich. Ja, aber ich glaube, auch daran hat China nicht so wirklich großes Interesse. Wirtschaftsmarkt, 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 wie auch immer. Manchmal habe ich da echt meine Wortfindungsprobleme. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen, ähm, beim Livestream ist es noch immer was anderes, als wenn man irgendwo in einer kleinen Runde quatscht. Ähm, ja, Christoph schreibt auch, ja, ich glaube, das ist auch so, wie du es beschreibst. Ich glaube, dass die ETF-Käufer, die hochgewichteten Unternehmen natürlich immer bevorteilt, zumal, ähm, die ja auch in Depots der Institutionellen sind. Ja. Volkswirtschaft, genau, Volkswirtschaft. Ähm, Moritz, ähm, sag, äh, dass den New Oriental-Aktionären, dass es in China kein politisches Risiko gibt. Hey, natürlich. Weltmacht, ja, sie wollen ja Weltmacht, äh, größte Volkswirtschaft, die wollen ja alles werden. Ich glaube, kaufkraftbereinigt müssen sie schon seit 2018, seit 2016, glaube ich schon. Ähm, genau, kaufkraftparitätsbereinigt ist China bereits seit 2016 die weltgrößte Volkswirtschaft der Welt. Siehste, da haben wir es. Ne, und das geht halt wirklich ab. Der Anteil am Welt-BIP ist allein seit 2010 von 13,7 auf 18,3% im Jahr 2020 gewachsen und soll Schätzung zufolge im Jahr 2026 die 20%-Schwelle überschreiten. Ja, und damit wird China halt immer größer, immer einflussreicher und ähm, China ist ja auch, wie gesagt, der größte Absatzmarkt für den Automobilbereich, für Luxuswaren, ich meine, für LVMH ist er der größte Bereich, weil da halt einfach 1,4 Milliarden Menschen wohnen und, oder leben und immer mehr Menschen da in die Mittelschicht aufsteigen und in die Oberschicht und immer mehr Kohle verdienen und, ja, und deswegen das Geld auch ausgeben und insofern, ja, ich glaube, auf China zu verzichten ist, glaube ich, ein größeres Risiko als in China zu investieren. Wenn man Angst hat, wie gesagt, in China selber zu investieren, sollte man das, also es ist jetzt keine Empfehlung, keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, aber entweder über einen marktbreiten ETF irgendwie versuchen, man kann sich da ja wirklich nochmal reinlesen, in was für Anteile da wirklich der ETF investiert ist, ob da jetzt zum Beispiel keine ADRs oder keine VGs drin hat, sondern irgendwie Direktbeteiligung oder China-A-Aktien oder H-Aktien, da sollte man sich dann echt reinlesen oder man macht das halt einfach über einen marktbreiten Emerging Markets ETF, da ist China ja mit 40% drin, zum Beispiel in dem Depot von meiner kleinen Schwester habe ich hier auch so eine 60-40-Aufteilung vom Develop World und hier dem Emerging Markets ETF, einfach, damit man über diese Aufteilung dieser beiden ETFs und nicht nur dieser eine FTSI All World, sondern damit man die Gewichtung von China ein bisschen höher schrauben kann, so als Stellschraube. Beim FTSI All World ist meines Wissens, wenn man zum Beispiel jetzt nur ein ETF-Modell fährt oder ein Produkt, ist meine ich nur China nur mit 8% oder sowas vertreten, ne 4% nur, nur 4% China-Anteil im FTSI All World, den ich jetzt zum Beispiel bespare, welche einfach dafür da ist, dass ich einfach, wenn ich halt Unternehmen falsch bewerte, wie hier Tesla zum Beispiel, die sehr, sehr hochgewichtet ist, wo ich sage, alles klar, Tesla ist das nicht wert, aber wenn ich mich halt irre, bin ich halt über so einen breiten ETF halt besser abgesichert und ist quasi mein Gummiband, so quasi, was mich am Index so ein bisschen hält und ja. Achso, viele Nachrichten wieder. Christoph, ja, man hat doch bei LVMH oder RMS letzte Woche auch gemerkt, da kam auch im Sektor Angst auf, Umverteilung von Reichen zum Mittelstand, mögliche Einfuhrregulierung etc. Ganz genau, das hatte ich vorhin auch kurz angesprochen, dass LVMH deswegen auch deutlich abgerauscht ist und ich glaube, sie machen irgendwas wie von 30% Umsatz halt in China und ja, Wahnsinn. Akbet schreibt, genießt seinen Stream gerade vom Hotelpool aus. Ja, schönen Urlaub, genieß es. Die Risiken sind überall spürbar, war bei Nike vor kurzem auch so, als man in China dazu aufrief, zu inländischen Produkten zu greifen und diese zu bevorzugen. Da würde dann ja Entersports zu zählen, Anta. Warum finde ich Anta nicht? Sind die Hongkong? Ist Entersport auch als Artsache, siehst du? Weil Entersports ist ja auch so ein Sportartikel oder Sportartikelhersteller. Hatte ich auch schon mal wirklich ein Video, hatte ich auch mal vorgestellt. Ich glaube, das war 2019 hatte ich die mal vorgestellt. Seitdem haben sie sich, glaube ich, relativ gut entwickelt, wenn man das sich hier so anguckt. Da ärgert man sich, dass man nicht investiert hat. Bewertungstechnisch kommen wir bei 2017. Ja, wenn wir gucken, 2019 irgendwie so 60 Hongkong-Dollar. Jetzt sind wir bei 150. Ja, das kann sein, dass wirklich dieser Aufruf halt wirklich zu diesem Peak aktuell führt. aber wie gesagt, wir sehen jetzt hier, die Gewinnerwartung der nächsten Jahre geht wirklich massiv nach oben und damit könnte man diesen Preis dann auch fast irgendwann rechtfertigen. nur kurz zu dem Nike-Ausflug. Ansonsten, aber gut, es muss jeder selber für sich selbst entscheiden. Ich bin seit 2010 im Aktienmarkt investiert. Ich weiß, was ich will und was ich nicht und nicht, das ist subjektiv. Jeder hat da andere No-Gos. Ganz klar, ohne Frage, aber seit 2010 dabei ist, hat auch schon einiges an Erfahrungen mitgemacht. Ich bin ja selbst, glaube ich, Aktiener seit 2017 oder so, aber nur mal damals über vermögenswirksame Leistungen und über Aktien, die ich von der Firma bekommen habe. Insofern, das ist denn was anderes. Ich bin ja erst richtig, also aktiver seit 2017 und sehr, sehr aktiv seit 2019 auf jeden Fall extrem aktiv. Tiramisu schreibt, bis jetzt waren alle Korrekturen der Börsengeschichte Kaufgelegenheiten. Das stimmt. Das politische Risiko kannst du aber auf jedes in China tätige Unternehmen nutzen. Ich bin und bleibe investiert langfristig. Ich hatte Wirecard kaufen, hatte dicke Korrektur vor kurzem. Na, ich tippe mal eher, dass die Korrekturen halt eher auf dem Markt gewichtet sind oder zum Beispiel auf den breitischen chinesischen Sektor oder so. Das müsste man ja auch beim HSBC sehen. Anfang des Jahres hatten wir 10,73 Euro. Mittlerweile sind wir bei 7,50 Euro. Wenn man das marktbreiter sieht, kommt das glaube ich eher hin. Sunny schreibt, nicht alle chinesischen Aktien sind betroffen. Ich habe Sunny Optical im Depot und die haben in der letzten Zeit nicht viel verloren. Betroffen sind im Moment E-Commerce, Plattformen, Gaming, ja, der Schulsektor und halt alles, was der chinesischen Regierung nicht passen könnte. Aber was macht denn Sunny Optical? Sind die entweder vielleicht auch im, nee, sind wahrscheinlich zu klein, aber ist ja auch nicht so schlimm. Es gibt ja auch andere große Unternehmen, wie zum Beispiel, wenn man zum Beispiel auf Dividende guckt, gibt es so eine Industrial and Commercial Bank of China. Da ist der Aktienkurs auch nur so rauf und runter. Wenn man das wirklich langfristig aufblättert, und jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal einen Mittelwert, damit ich nicht hier unten starte, damit ich manche sagen, ich hier beeinflusse das. Wir nehmen mal so einen Mittelwert hier bei, nicht so hoch, hier so 5 Hongkong-Dollar. Bis jetzt, jetzt sind wir 4,35 Hongkong-Dollar. Hätte man trotzdem, ja gut, nur eine Rendite von 50% gemacht, wäre wahrscheinlich nicht das beste Investment gewesen, weil es anscheinend den Banken da auch nicht so gut geht, obwohl das eigentlich laut der Entwicklung eigentlich gar nicht so negativ, so schlecht aussieht. Gibt es halt viel Dividende, aber wie gesagt, wir wissen ja auch, Dividende oder hohe Dividenden sind auch ein Warnsignal. Joachim schreibt noch, auch mich würde es auch nicht wundern, wenn Tencent ab 100 Euro steigen wird. Es ist eine Frage, ob man das Risiko tragen will. Ganz klar, ganz klar. Ich bleibe wie gesagt erstmal investiert. Und ja, ansonsten, was gibt es denn zum Beispiel noch für chinesische Aktien, die eventuell gar nicht so betroffen sind von der Regulierungshut? Das ist natürlich immer so ein Thema, da muss man sich wirklich mal Gedanken machen, was jetzt zum Beispiel der Regierung quasi positiver gesinnt sein könnte. Es gibt ja zum Beispiel noch eine Hangar International. Ich weiß gar nicht, wo die hier ist. Bin ich da schon vorbei? Oder Pindu Du, auch ein cooles Unternehmen. Ähm, ne, bin ich jetzt hier gar nicht. Warum finde ich die nicht? Ach, die haben nur 5,3 Milliarden Market Cap. Aber wie gesagt, da gab es auch wieder hier so, ähm, also bei Hängern, die machen ja, ich glaube so Windeln und sowas und Hygieneprodukte und all so ein Kram. Ähm, da gab es auch, meine ich mal, hier Vorwürfe, dass da irgendwie in der Bilanz beschissen wurde. Ähm, und seitdem haben sie sich halt nie wirklich erholt. Das ist dann halt wirklich wieder so eine Sache, äh, ja. China Waterworks ähm, blieb, ähm, stabil. Ja gut, Wasser, ne. Und die zahlen ja auch eine schöne Dividende. Äh, Tencent hatte schon mal um die 48% korrigiert von 50 auf 30 Euro. Damals war das eine super Kaufchance. Ja, ich war davor leider schon so stark investiert, dass ich nicht mehr nachkaufen konnte. Ne. Ähm, BYD, Geely, Weichai Power oder Weichei Power, wie es viele nennen. Ähm, ja, China Waterworks. Zahlen, glaube ich, auch eine fette Dividende. Aber was mich bei China Waterworks, ähm, stört, ähm, so Water, ähm, da können wir auf die Website gehen und dann seht ihr, was mich stört. Ähm, die Website sieht aus, als hätten sie sie irgendwo aus den 80ern irgendwo von, keine Ahnung, wem kopiert. Äh, das ist wirklich, also, ja, keine Ahnung. Also, es gibt ja noch Beijing, was mit Beijing Water oder so, ist auch so irgendwie eine Wassergesellschaft, ähm, die halt in Aufbereitungs, Wasseraufbereitungsanlagen, et cetera, ähm, investiert und es weiter ausbaut. Wasser ist ja auch ein wichtiges Gut, aber ich, ich finde das so suspekt irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich, ja, hier bei Beijing Enterprise Water Group, da ist die Website, glaube ich, besser. Ja, es sieht schon mal moderner aus, aber auch irgendwie ein bisschen komisch aufgebaut. Ne? Ähm, äh, quasi keine Reaktion haben Xiaomi oder BYD gezeigt, aber BYD läuft ja auch aktuell, also, es ist ja auch Elektromobilität und sowas, ähm, ja, und Wahnsinn. Was haltet ihr eigentlich von Käufen, die Helmut alias Waikiki in China so tätigt, ICBC, Hangan, et cetera, überzeugt mich alles irgendwie so gar nicht. Ähm, ja, ICBC, ähm, ist ja quasi eine Bank und eine der großen Banken und Helmut kommt ja selbst, so wie ich das mitbekommen habe, hat dann mal bei einer Bank gearbeitet. Ich weiß nicht, gerade nicht bei welcher Bank und deswegen, er ist ja sehr, sehr bankenfokussiert beziehungsweise hat relativ viele Banken im Depot. Aber ich kann Banken halt relativ schwer einschätzen und, ja, und der Hangan, wie gesagt, hat mich auch nie überzeugt. Ähm, ich weiß jetzt, ich, ich wüsste nicht, warum ich in der Hangan investieren sollte. Da gibt es Unternehmen, die ich besser finde. Aber andere Investments, klar, hat auch die ganzen Langweiler oder so drin und dem kann ich, dem kann ich dann auch was abgewinnen. Aber ansonsten, wie gesagt, muss man bei Helmut halt immer zwischen den Zeilen lesen. Er macht das ja auch schon seit fast 30 Jahren oder seit 30 Jahren jetzt mit der Börse. Insofern, ähm, immer mal so ein bisschen lesen, was er so schreibt an Texten. Ähm, Nking schreibt, ich war, bei BYD und Gigli schon vor der Trump-Wahl investiert und als der US-Präsident wurde und die Strafzölle kam, war ich seine ganze Amtszeit im Minus und jetzt bin ich im Plus. Ja, das ist auch super. Einfach langfristig dabei bleiben. Und Joachim schreibt noch, ähm, dass du jetzt den FTSE All-Country-World besparst, finde ich gut. Ja, ich sag mal, das ist, klingt, es ist schon fast so vernünftig für mich, dass ich so ein FTSE All-World, ähm, bespare, denn eigentlich bin ich immer so die Unvernunft in Person. Also wirklich, ich, 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 weiß nicht, ich habe mir teure Autos gekauft, ich fahre teure Sachen, ich riskiere mit Motorradfahren mein Leben jedes Jahr, wenn ich, jeden Tag, wenn ich damit fahre. Ähm, ich kaufe Einzelaktien, ich baue, habe große, Klumpen, Risiken im Depot. Ähm, wenn man das hier sieht, ich habe einen Riesenanteil von Gazprom, ich habe Tencent, die waren ja beide mal gleich großgewicht, da habe ich hier großen Shell-Anteil, das sind ja alles so Aktien hier wie Shell, Tencent, Gazprom, die, sage ich mal, dem Otto-Normal-Anleger nicht so jetzt zum Beispiel als größte Position ins Depot kommen. Meistens sieht man da eher so eine Microsoft ganz vorne, eine Apple, ähm, vielleicht eine Amazon, etc. Ähm, aber halt nicht solche Aktien, oder hier noch British American Tobacco und hier Iron Mountain, das sind halt alles so in der Art Risikoposition, ähm, wo ich aber kein Problem habe, die mit so stark zu gewichten und deswegen diesen, diesen FTSE All World da zu kaufen, war für mich einfach so alles klar, mein Depot passt halt gar nicht so so im typischen MSCI World oder FTSE All World ähm, und deswegen kaufe ich da einfach breit rein, breit den Markt, damit ich halt die Microsoft, Apple, auch eine Tesla dabei habe, womit ich gar nicht so einverstanden bin, aber das nehme ich halt in Kauf und rational, ja, rational betrachtet sind ETFs doch auch eine sehr gute Wahl, ähm, wie Chris auch schon schreibt, rational betrachtet sind ETFs doch auch eine sehr gute Wahl, aber auf mich üben Einzelunternehmen immer eine besondere Faszination aus, ganz loskommen, würde mir extrem schwer fallen, so sieht es bei mir auch aus, aber ich kann mir vorstellen, dazu, dass ich in Zukunft diesen FTSE All World immer größer gewichte und, ähm, keine Ahnung, ich kann mir auch perspektivisch vorstellen, dass in 10 Jahren, äh, mein Depot zum 50% auf dem FTSE All World besteht oder, ähm, vielleicht 30% FTSE All World und dann noch irgendwie, ähm, 10, 15% in Emerging Markets ETF und der Rest trotzdem immer noch so 50 Einzelaktien sind, hätte ich persönlich auch kein Problem mit, ähm, ja, und rational, ich bin halt, bei vielen Sachen gehe ich immer sehr, sehr rational vor, ähm, ja, und klar, Santa Claus schreibt noch, da hätte Bitcoin doch auch noch dazu gehört, ich verstehe Bitcoin nicht, ich sehe Bitcoin immer noch als Bubble, weil ich sehe den Wert dahinter nicht, für mich ist da kein Wert, es ist, weiß ich nicht, ich, ich habe da auch schon so viel, ich habe mir wirklich da Podcasts angehört, alles mögliche, Videos zu angesehen, zum Bitcoin, ähm, das ganze Netzwerk ist begrenzt und Lightning und hier und da und, was man alles machen kann und, ich, ich weiß nicht, für mich ist es die größte Bubble überhaupt, aber, weil ich dahinter diesen direkten Wert nicht sehe, weil bei so einem Firmenanteil oder so hier, weiß ich, alles klar, mir gehört ein gewisser Teil des Unternehmens und, damit kann man was anfangen, da steht ein gewisser Buchwert dahinter, da gehört mir zum Beispiel mit diesen, äh, 20.000 Euro, gehört mir vielleicht, keine Ahnung, 2 Meter Rohrleitung oder so oder 10 Meter Rohrleitung von Nord Stream 2 berufgesagt, ne, ähm, ja, äh, aber bei Bitcoin, ja, ähm, was schreibt der Chat sonst noch so, Joachim, bisschen off topic, aber wenn es schon um Alternativen zu chinesischen Unternehmen geht, wie siehst du, Amazon aktuell die Ergebnisse haben, ja zuletzt auch eher enttäuscht, oh, ich bin Amazon leider viel zu bullisch, viel zu bullisch, also ich sehe Amazon immer noch als Top-Unternehmen, ähm, und bin auch immer wieder am überlegen, ob ich Amazon weiter aufbauen werde. Tim hat geschrieben, ich, da habe ich 2, bei 2004 bei der Alibaba Homepage auch gedacht, peinlich und schnell wieder geschlossen, muss nichts heißen, im Bezug jetzt auf China Water Affairs, ähm, ja, muss nichts heißen, aber wie gesagt, bei mir ist auch ein gewisses Misstrauen dann, und mir sind die Unternehmen dann auch zu klein, weil ich versuche mein Risiko auch zu vermindern, indem ich halt so in so eine JD.com, in so ein Alibaba und Tencent investiere in China, ähm, die halt schon eine gewisse Marktgröße haben, um da halt so ein bisschen Risiko rauszunehmen durch die Größe. Ähm, Christoph schreibt noch, aber über die 500 Euro hinaus geht ja bei dir auch weiterhin in Einzelaktien vorerst, oder? Ähm, also ich werde weiter meine Sparpläne laufen bisher alle weiter, ich habe da keinen Sparplan ausgesetzt, ich habe jetzt diesen 500 Euro Sparplan auf diesen FTSE Award gestartet, der dann quasi jeden, zu Anfang, jeden Monat ausgeführt wird, um die Position halt relativ schnell groß zu bekommen, wir sehen sie halt hier bei mir für knapp, ja, 1.018 Euro aktuell, ähm, die wird dann relativ schnell hier durchgereicht, bis hier dann, ja gut, dann wird es halt, dann dauert es hier wirklich lange, bis sie halt hier durchgeht, aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass ich dann auch wirklich mal Einzelkäufe nochmal mache, weil ich aktuell auch relativ viel Cash liegen habe. Ich habe jetzt hier, was heißt relativ viel Cash, ich habe jetzt 1.000 Euro abgezogen gehabt, weil ich das hier für meine Rücklagen, quasi für meine Rücklagen verwendet habe, um da den Abstand, zu meinem Jahresziel zu verringern, habe ich 1.000 Euro rausgenommen, ähm, was ich quasi aus dem Cisco, ähm, Verkauf habe, ähm, aber jetzt kommt ja noch die, ähm, die Gazprom Dividende, das heißt, dann werde ich jetzt ca. 1.500, 1.600 Euro auf dem ING Konto haben, ich habe, äh, 4.200 bei, bei Scalable, ich habe noch 700 Euro bei Comdirect liegen, ähm, da ist noch ein bisschen Kohle am rumliegen und, wie gesagt, wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt hier nochmal Sondersparpläne auswähre, ich werde bestimmt dieses Jahr nochmal Sondersparpläne ausführungen machen, aber ich würde auch mein Ziel erreichen, eigentlich jede Position über 1.000 Euro zu bekommen, aber das könnte sich halt vielleicht um Quartal nach hinten schieben, dass ich das vielleicht gar nicht zum Jahresende schaffe, sondern durch den FDSE Award, durch die Risikominimierung, sage ich mal, durch den ETF, ähm, dass ich da halt das Ziel so ein bisschen nach hinten schieben muss. Ähm, Akbed hat Amazon auch massiv aufgestockt, ähm, sehe die Entwicklung auf Twitch, Logistik, Apotheken, Whole Foods, massiv bullish, ich bin auch bei Amazon extrem bullish, ähm, Jonas, der Wert des Bitcoins ist das Netzwerk, ja, ja, ich verstehe es nicht. Ähm, Tim schreibt, Amazon zieht erst, wenn endlich der Split kommt, Option drauf, schreiben wird man ja arm. Ähm, Tim, ja, ob ein Split kommt bei Amazon, weiß ich nicht, ich kann mir eher vorstellen, dass erstmal hier AWS oder sowas abgespalten wird, und, dass das separat an die Börse gebracht wird, ähm, ja, und dass denn da irgendwann vielleicht, vielleicht ja auch die Logistik-Sparte einzeln, keine Ahnung, also es gibt ja viele Möglichkeiten, Amazon geht in so viele Bereiche vor, wer weiß, was in 10 Jahren, ob es Amazon überhaupt noch gibt, oder ob es da vier neue Unternehmen gibt, in die es zerlegt wird in den nächsten Jahren, wer weiß. Ähm, Christoph schreibt, investiere nicht, in was du nicht verstehst, finde ich gut, und das funktioniert meist auch. Ja, es kann sein, dass ich mit Kryptowährungen halt den, den größten Run oder sowas, ähm, dieses Jahrzehnts irgendwie verpasse, ähm, weil zum Beispiel auch ein bester Kumpel, der hat irgendwie mit Kryptowährungen und sowas verdient, ähm, aber ich, ich, ich vertraue ihm da, also ich, ich kann es gut nachvollziehen, wenn er da viel Geld investiert und halt wahnsinnig viel Potenzial sieht, genauso wenn viele hier auch in Bitcoins investieren, ähm, go for it, wenn ihr es versteht, wenn ihr da heiß drauf seid, in Kryptos zu investieren, sollte man den auch machen, aber bei mir, ich habe da wirklich so eine Skepsis und ich würde mir so in den Hintern beißen, wenn, also mehr in den Hintern beißen, als wenn ich jetzt Rendite verpasse, wenn jetzt zum Beispiel Bitcoin in ein paar Jahren oder Kryptowährungen massiv zusammenbrechen, ähm, dann würde ich mir so in den Hintern beißen, wie gesagt, das ist, dass ich, ja, dass ich gesagt habe, ich habe es doch gewusst, ich habe es nicht verstanden, ähm, und deswegen versuche ich wirklich, oder investiere ich wirklich in Unternehmen, wo ich glaube, dass ich weiß, wie sie verstehen, wo der Wert ist, und bei den meisten Unternehmen ist es auch so, in manchen Unternehmen, wo man investiert, zum Beispiel, ich hatte mal die Alliant Technologies, ähm, ja, schon lange auf dem Zettel, weil sie nach Zahlen halt super waren, ähm, da waren sie bei 200 Euro damals, kann ich auch mal kurz aufmachen, auch wenn wir jetzt ein bisschen abdriften, ähm, hier Alliant Technologies, ja, bei 200 Euro, jetzt stehen sie bei 600, und ich, ich habe einfach damals wirklich, gut, das ist aber auch ein bisschen so ein raketenhafter Anstieg, aber, die Gewinne steigen ja anscheinend weiter und die Bewertung, aber ich habe damals nicht verstanden, was sie machen, womit sie überhaupt so viel Geld verdienen, ähm, mittlerweile ist halt die ganze Dentalbereich, das ist halt, was sie alles machen, mit Prozahn, also mit diesen durchsichtigen Zahnschienen, etc., und ist wohl der Hot Shit schlechthin, und geht halt komplett durch die Decke, aber ich habe es damals nicht verstanden, habe nichts gekauft, nach Zahlen her, war es für mich ein klarer Kauf, aber, ähm, da habe ich es halt nicht gemacht, weil ich es halt nicht verstanden habe, ähm, Christoph hat noch geschrieben, ah, Stefan, guten Abend aus Hoppegarten bei Berlin, ja, wunderschönen guten Abend, Christoph, Amazon bekommt halt massiv Druck von Walmart, Target, Costco, etc., ich denke, deshalb geht man nun auch den Schritt zum Aufbau des stationären Geschäfts, ja, das finde ich ja auch richtig spannend, was Amazon da angeht, dass sie Kaufhäuser bauen wollen, ich dachte, ähm, was soll das jetzt, ähm, aber, wenn ich mir so überlegt habe, was kann Amazon, oder was hat, Amazon hat ja auch diesen Store gebaut, oder so, wo man quasi gar nicht bezahlen muss, wo man ja quasi reingeht, ähm, sich dann quasi mit seinem Amazon-Konto einloggt, sich die Sachen nimmt, und dann einfach wieder rausgeht, ohne Kasse, und sowas kann man ja auch in Sachen, also in größerem Maße ja auch machen, dass man quasi auch das versucht, ähm, dieses ganze Verkäufergetue, oder diese ganzen Verkäufer, die ja auch zu großen Kosten beitragen, zum Beispiel bei der Media Saturn Gruppe, wenn wir uns die Saturn- oder Mediamarkt angucken, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich jemand, der aus meiner Sicht relativ technisch versiert ist, ähm, in so einen Mediamarkt geht, und dann irgendwo eine Art Beratung erwartet, in den Produkten, und zum Beispiel sagt, ja, hier, das ist ein Top-Fernseher, und dann fragst du, der das, 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 oder beim PC, ne, und die haben gar keine Ahnung von den Chips, die auf dem Mainboard sitzen, welche da besser sind, und so, die da überhaupt keinen Plan haben, wo das einfach besser, also, weiß nicht, ob es besser bezahlt ist, aber es könnte auch ein Verkäufer von Edeka sein, ohne die Leute schlecht zu machen, weil sie halt, weil die meisten an den Läden einfach keine Ahnung haben, sind sie auch irgendwo überflüssig, weil sich der Endkunde meistens eh selber im Netz schlau macht, was will er kaufen, und da kann ich mir vorstellen, dass Amazon das auch relativ, ähm, runterbricht, und, äh, quasi, quasi keine Beratung in den Läden hat, sondern irgendwie nur am Ende vielleicht relativ smart abkassiert, über irgendeine Art und Weise, ähm, dass sie quasi so eine Art große, ja, hübsche Lagerhallen hat, wo sie nur Leute haben, die die Produkte da aufbauen, und fertig, aber nicht, oder auch wie, wie das typische Kaufhaus, ähm, wie zum Beispiel Galeria Kaufhof oder sowas, oder keine Ahnung, ähm, wo halt überall Verkäufer rumlaufen und dich beraten, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon das liefern wird, ähm, nun mal so dazu, Stefan schreibt, der stationäre Handel ist von Amazon nur eine Finte, warum sollten die ihr Modell in Frage stellen? Ich glaube, es geht um Steuervorteile, irgendwelche Vorteile für Personalpolitik, etc. Ähm, die Amazon werden sicher nicht heil im stationären Handel, wenn ihr heil sicher nicht im stationären Handel suchen. Ich weiß es nicht. Oder sie wissen halt wirklich nicht, wo sie ihr Geld, ähm, unterbringen wollen, und wollen da halt irgendwie doch irgendwo, ne, sich so neu aufstellen. Who knows? Ähm, Joachim Jonas, macht's dir nichts raus? Ich hab Sony damals bei 12 Euro verkauft. Ja, und ich hab ne AMD damals bei 10 Euro verkauft, 8 Euro, bei 8 Euro gekauft, oder 7 Euro. Ich will gar nicht gucken, wo jetzt AMD steht. Ne? Akpet hat geschrieben, ich würde, ähm, ich persönlich würde in Align Technologies zumindest hinsichtlich der Zahnschienen nicht mehr investieren, zumindest in Deutschland, dominieren zunehmend günstigere Nachahmerprodukte dem Markt. Ähm, zumindest in meinem Umfeld haben quasi alle Interessenten daran inzwischen eine Zahnschienenbehandlung hinter sich. Ähm, Marktsättigung ist relativ hoch. Okay. Ja, wie gesagt, es war damals so meine Sicht einfach so, dass es der Hot Shit ist, Also, ich wusste es damals ja nicht, die Zahlen waren nur top. Und mittlerweile die Marktbewertung ist halt wirklich echt krass. Christoph, ähm, sehe im Amazon das Cloud-Geschäft sehr stark, aber im klassischen Retail-Geschäft entwickelt sich Target, Costco, Walmart, etc. Momentan sehr stark. Vielleicht sollte Amazon AWS abspalten. Ich glaube auch, das werden sie machen. Ähm, Tim schreibt, schau dir mal Sprouts Farmer Market an. Ob interessant? Gibt's bestimmt nicht. Doch, Sprouts Farmer Markets. Konsum unzyklisch Lebensmittel Tabak. Was haben die denn für eine Website? Oh Gott. Das sieht so grün aus, so öko. Wenn das alles schon so grün ist, erinnert mich das immer so an die Grünen. Hör im Überblick. Sprouts ist, ähm, ist der Ort, an dem das Gute wächst. Getreu einem Farmstanderbe bietet Sprouts ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit dem offenen Layout mit frischen Produkten im Herzen des Ladens. Sprout inspiriert das Wohlbefinden in der natürlichen Weise. Äh, gesunde Lebensmittel. Ja, ich glaube, gute Lebensmittel. Anscheinend hier Öko-Schiene. Ach, guck mal, das ist so eine, wirklich denn sowas wie Whole Foods, ne, was Amazon gekauft hat, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich alles aus dem Regulieren oder aus der Nähe. Quasi auch so ein bisschen regional. Die Zahlen können wir uns gleich angucken. Ach, guck mal, ja, bieten sie jedoch das gleich an hier. Customers, can now shop, how, they like in store, pick up or delivery. Na, erstmal auch quasi sagt, pick up, man gibt seine Einstellung, seinen Shopping-Dingsbums ein, addet da die ganzen Sachen, werte nur vor und sagt so quasi, click and collect, so hier, Barcode scan, hier, hier bin ich, hier will man Einkauf haben. kann laufen sowas, definitiv. Ähm, Zahlen. Ähm, Bewertung. Erstmal, nee, erstmal gucken wir uns die Qualität an. Nehmen wir das operative Geschäft raus und den Cashflow. Ja, die Entwicklung ist da, aktuell ein bisschen hier, gab einen starken Peak 2020. Wahrscheinlich auch durch Corona, ne, hat wahrscheinlich mit profitiert durch die ganzen Käufe. ein bisschen umsatzseitig ist es eher, ich würde fast sagen, wie am Schnürchen gezogen. Nur 2020, durch diesen Anstieg, ähm, lässt es halt so erscheinen, als würde es ein Einknick sein. Ähm, bewertungstechnisch 10er KGV. Okay. Scheint günstig. Ähm, Bilanz, Schuldung 1,4 Milliarden für zinste Schulden, Tilgungskraft 300 Millionen. Sieht ja auch interessant aus. Segmente. Ähm, Perishables. Was heißt denn Perishables? Ich meine Englisch wieder. Ähm, gucken wir erstmal auf die Bewertung. Irgendjemand wird euch das bestimmt schreiben, was das heißt. Ich bin da halt die echte englische Flachpfeife. Ähm, bereinigt der Gewinn, warum ist sie so niedrig bewertet? Na gut, es ist Einzelhandel. Ähm, Wachstum 20, 20 Prozent, 100 Prozent Wachstum, ja, 100 Prozent Gewinnwachstum in 2020. Ist klar, dass es da einen kleinen Einknicker gibt. Ähm, aber nächstes Jahr soll es wieder 5 Prozent geben, dann 12 Prozent, dann 20 Prozent. Also sagen wir mal, was haben wir denn an Kennzahlen hier oben auf den Gewinn geschätzt? Ähm, jährlicher Zuwachs des Gewinns auf 10 Jahre 32 Prozent, auf 5 Jahre 25 Prozent und jetzt negativ. Ähm, diese 32 auf 25 Prozent sehe ich gar nicht so negativ, obwohl es rot eingefärbt ist. Umsatzwachstum über 10 Jahre 20 Prozent und 10 Prozent. Ähm, so, und von der Bewertung würde ich glatt mal hier von dem 20er Bereich ausgehen. Ähm, ich weiß nicht, können wir mal gucken, wo, ob das irgendwo mit einem anderen Gänzern korreliert? Nee, korreliert relativ wenig, aber ich persönlich würde sagen, gut, 15er KGV ist bereinigt, selbst, wenn wir ein 10er KGV, 10, 10 ist auch echt wenig bei dem Wachstum, bei 25 Prozent Gewinnwachstum ist echt wenig. Boah, das ist zu viel. Also 15er KGV bereinigt, glaube ich, ist gar nicht so viel. Zweig, aber klein, 2,5 Milliarden Market Cap, müsste man sich wirklich mal angucken, ähm, wie das wirklich da aussieht. Ähm, wo ist denn hier Investoren? Wie viele Läden die wirklich haben? Oh, Fortune 500 Unternehmen. Okay. Also kann man sich wirklich mal angucken, sieht wirklich aus wie ein cooles Unternehmen. die Sprout nicht die Lehrerin für die Kräuterkunde bei Harry Potter. Äh, kann sein, ich habe Harry Potter ewig nicht gesehen, aber kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Aber mit einem 15er KGV ist, glaube ich, gar nicht mal so teuer und es kann wirklich sein, dass die aktuell relativ günstig ist und halt noch nicht vom Markt erkannt wird. Also für viele von euch eine bestimmt wieder interessant, relativ hohe Gewinnstabilität, Sprouts, Pharma, Market. Risikowallt relativ klein, aber durch die Größe von 2,5 Milliarden auch immer so ein Thema für Übernahmen. Ob die von irgendeinem Konkurrenten geschluckt werden, sei es, ich weiß nicht, ob es für Amazon werden sie wahrscheinlich zu klein, aber da gibt es ja auch diverse Unternehmen und meistens werden diese Übernahmen ja auch mit einem guten Aufschlag oder so bewertet. Ähm, aber finde ich echt interessant. Mein Problem ist aber immer noch, ich kaufe ja kein Unternehmen, bis ich nicht diese 1000 Euro pro Unternehmen erstmal voll habe. Ne? Ähm, ansonsten, was gibt es sonst im Chat? Ich hatte ja gehofft, dass mit Jeffs Abgang die Abspaltung eintritt. Prustekuchen. Die Frage ist, ist es nur aufgeschoben oder aufgehoben? Ne? Ambo. Amazon wollte ich suchen. Denn wir können jetzt nochmal die Bewertung von Amazon reingucken. Denn ich bin auch, wie gesagt, ich bin bullish halt für Amazon. Ähm, bullish bis zum Mond. Nein, für Gasform bin ich bullish bis zum Mond. Für Amazon bin ich nur bullish. Ähm, denn wenn wir jetzt den Durchschnitt nehmen, seit 2008 auf den Cashflow. Gucken wir uns dazu die letzten 10 Jahre an, sehen wir, Amazon hat sich immer von diesem, von dem KGV, also von dem Kurs-Cashflow-Verhältnis vom fairen Wert immer entfernt, immer hochgetrieben und weiter. Aber, ähm, wir haben geschätzt, laut Ende nächsten Jahres zum Beispiel, haben wir ein, ein fairen Cash, laut Cashflow, von 3.800 Dollar und das Jahr darauf von, ähm, 4.600 Dollar. Und das wären 16% Rendite PA. und ich weiß nicht, ob das so pessimistisch gesehen ist hier, der Anstieg oder so optimistisch. Ich würde den Anstieg sehr, sehr optimistisch sehen, ähm, weil das ja sehr, sehr viel Glaskugel ist. Wenn wir bis Ende 2024 gucken, da kann sich halt zu viel tun. Da wären es halt 25% PA. Aber ich sehe Amazon als sehr, sehr stabilen Player. Wenn wir uns das angucken, hier für 2021 hat Amazon anscheinend ähm, massiv investiert wieder. Und dass hier die Tilgungskraft wieder relativ gering war. Ähm, wenn wir zum Beispiel gucken, hier für 2020 für das Jahr hatten sie eine Tilgungskraft von 25 Milliarden. Aktuell sitzen sie noch auf 90 Milliarden Cash, haben trotzdem 7 Milliarden über, ähm, verzinstte Schulden 122 Milliarden. Also, ist halt wirklich, Amazon ist halt wirklich so ein Brocken. Ähm, ja, und insofern, wie gesagt, wir sehen hier die Umsatzentwicklung. Was sich aber wirklich irgendwann wirklich ein Problem sein wird, dass Amazon nicht unbegrenzt wachsen kann. Denn wir wissen, unbegrenztes Wachstum gibt es nicht. Und wenn wir hier sehen, 2024 wird 750 Milliarden Umsatz erwartet. 750 Milliarden. Das, das ist so unfassbar viel. Und, da müssen sie wahrscheinlich wirklich noch neue Märkte aufmachen, damit das wirklich eintritt. Aber es ist wirklich nur gigantisch. Aber, ähm, später, bei diesen Umsatzzahlen, kann es ja auch sein, dass es irgendwann so läuft wie bei Apple. Ähm, ich weiß nicht, ob Apple jetzt auch einfach nur die Margen hochgetrieben hat. Aber bei Apple, Apple schafft es ja auch weiter, komischerweise, den Umsatz weiter zu steigen. Gut, Corona war jetzt eine Sonderkonjunktur durch die ganzen iPads und so weltweit, dann in den Schulen und sowas alles. und Homeoffice, was eingerichtet wurde bei vielen. Aber ansonsten, ähm, war das ja auch eher so relativ, relativ Stagnation bei Apple oder ist ja relativ eine Stagnation, denn diese riesen Wachstumszahlen können ja auch irgendwo nicht mehr richtig eintreten. Und Apple wissen wir halt selber, viel durch Aktienrückkäufe wird halt, ähm, ja, die EPS, also die Earnings per Share halt hochgepusht. Und ja. Ja. Und zudem halt, äh, werden Schulden aufgenommen. Gut. Kann auch Sinn machen, um die Kosten, halt, um die Steuern natürlich zu drücken, aber gut. Ähm, FHR schreibt, der Plan von Amazon stationär ist doch eher, die Rücksendung als B-Ware wieder zu verkaufen, bevor sie die Ware vernichten. Bürokratie muss vernichtung, würde sie teurer kommen. Ist das so? Denn Amazon verkauft ja die ihre Retouren ja alle so in Containerweise. Werden sie ja, es gibt ja spezielle, äh, Läden oder spezielle Händler, Unternehmer, die halt wirklich Containerweise einfach random die ganzen Amazon-Retouren aufkaufen. Ähm, auch wenn das Neuware ist, die er noch mal ausgepackt wurde, was zurückging, geht ja meistens direkt an diese Reseller, die halt gucken, dass sie halt die Waren als B-Waren wieder verkaufen. Wenn das wirklich so ist bei Amazon, dass sie die Dinger denn überall so quasi in einer Art von, ähm, ja, es ist auch eine Möglichkeit, wenn sie die ganzen Waren in einer Art von, wie heißt das, Outlet-Centern quasi verkaufen, mit Rabatt, dass sie die Retouren halt nicht, ähm, mit deutlichem Abschlag verkaufen, sondern mit weniger Abschlag halt im Laden verkaufen, wo sich die Leute die Sachen angucken können und sagen, alles klar, nehme ich mit so, ähm, ist ja noch gut. Das wäre es. Also das wäre auch definitiv eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es irgendwo so kommuniziert wurde, aber es kann schon gut sein. Was hältst du von Corsair als größte Streaming-Bedarf-Aktie? Ist das so? Braucht man da Corsair? Und warum Streaming-Bedarf? Also, warum nicht da eine Logitech oder so? Kannst ja mal definieren. Warum Corsair? Agbet mal nicht so ungeduldig sein. Die propagierte AWS-Abspaltung sollte der letzte Grund sein, in Amazon zu investieren. Ja, und die, so eine Abspaltung zeigt ja wirklich nur die, oder bildet denn wahrscheinlich in Zukunft die richtigen oder mehr den Wert ab, ähm, weil man es halt besser aufschlüsseln kann, besser bewerten kann, die Unternehmensanteile. Aber wie gesagt, Amazon ist, man hätte einfach, ich finde, man muss immer bei vielen Investments einfach danach gehen, was man selber nutzt und wo man sieht, wie viele Menschen das nutzen. Denn ich habe ein Amazon-Konto seit 2007. Seit 2007 bin ich Prime-Konte. Ja, damals hat glaube ich 19 Euro noch gekostet oder so die Prime-Mitgliedschaft oder 29. Mittlerweile sind wir bei 69 Euro. was ja auch laufende Kosten sind, die Amazon da reinnimmt und dazu, der Prime-User ist ja eh auch viel mehr dazu geneigt, noch mehr bei Amazon zu kaufen. Ist ja auch logisch, weil man ja, wenn man bei Amazon Prime-User ist oder Kunde, ja auch diesen schnellen Versand haben möchte. Und insofern guckt man halt direkt bei Amazon oder googelt bei Amazon, wie manche das hier sagen. Ich gucke mal kurz bei Amazon, was es da so gibt und so, weil wenn sie irgendwas brauchen, mache ich persönlich auch so. Ich bin eigentlich nur direkt, wenn ich zum Beispiel ein neues Messer brauche oder einen neuen Kochtopf oder so, gehe ich eigentlich auf Amazon. Naja gut, Kochtöpfe und Pfannen kaufe ich jetzt bei Ikea, ist halt billiger. Aber, naja, wie auch immer. Das wollte eigentlich gar nicht so um Amazon jetzt gehen. Ist jetzt ein bisschen abgeglitten. Es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen so aus China rausgerutscht bin aus dem, aus der Besprechung oder aus dem Thema. Aber, ich glaube auch, wir können das langsam so stehen lassen, langsam zu Ende gehen lassen. Fazit, China ist definitiv ein Risiko. Risiko durch Regulatorik, Risiken durch die Aktiengattung, die es da alles gibt, wo man da investiert, Risiko durch die VIEs, wenn man zum Beispiel in Tencent, Alibaba oder JD etc. investiert. Risiko natürlich auch so ein bisschen, würde ich fast sagen, durch die USA, durch die politischen Konflikte, die da angestrebt werden, weil in den letzten Verhandlungen, die ja auch China und die USA oder so getroffen haben, tritt China immer selbstbewusster auf und mit immer größeren Forderungen, dass man quasi auch China machen lassen soll, was sie wollen. und tendenziell ist China ja auch noch ein Risiko, weil sie Taiwan ja wieder aufnehmen wollen zu China, weil Taiwan ja mal zu China gehörte und ja, da ist halt das, was man mal gelesen hat, dass sie so diesen taiwanesischen Palast nachgebaut haben und da Landungsübungen und sowas vollführt haben oder vollzogen haben. Das könnte natürlich auch noch mal massiv Druck auf den Chinamarkt abbilden, sollte da irgendwas militärisch oder politisch da irgendwie passieren. Ja, soviel dazu. Ich werde schon langsam heiser. Ich bleibe weiter in China erstmal investiert und gucke mir an, wie sich das alles langfristig entwickelt und ja, das war es auch eigentlich schon. Ja, war es jetzt. Die Leute quitten auch schon. Ist auch richtig so. Es ist anderthalb Stunden rede ich jetzt hier und ja, wie gesagt, ist halt viel Risiko dabei, aber ich glaube, es ist auch mal ganz interessant so ein kleiner Nachmittags-Stream mal alleine. Geplant ist, dass ich Freitag mit Sven dann wieder streamen. Ich glaube, wir hatten 18.19 Uhr geplant. Also schon mal vorab für euch, wenn ihr euch das merken wollt. Freitagabend auch einen kleinen Livestream, dann aber mit Sven und dann gibt es ein anderes Thema. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag noch. Genießt noch die letzten Stunden und bevor es morgen wieder zur Arbeit geht und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.